Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? So richtig. Wisst ihr das? Habt ihr einen Plan? Ich habe nämlich jetzt keinen mehr. Nächster Plan ausgegangen. Ha! Silberroh. Hm? Ah. Zum Verkaufen. Zum Verkaufen. Hallo? Oh, wartet mal. Haben wir uns denn nicht schon mal gesehen? Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich groß bin, dann will ich zur See fahren. Ich werde kein Fischer auf einem mickrigen Fluss. Ich werde Seemann! Ich werde Feuerwehrmann! Nee, Seemann. Ja, Seemann. Meine ich doch. Ich will Feuerwehrmann werden! Wer war denn das? Chris Su, der kleine Drache? Kennt ihn noch jemand? Kennt ihn noch jemand? Chris Su, den kleinen Drachen? Ich will Feuerwehrmann werden! Naja. Wahrscheinlich nicht mehr. Dann bin ich dann doch schon zu alt. Also... Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr wohin. Aber Sie haben da Auftrag. Kein anständiger Auftrag. Geht in die Stadt. Gut. Super. Vielleicht nur wieder zum Gasthaus. Na, Gasthaus ist immer gut, oder? Gasthaus könnte immer gut sein. Ja, wissen Sie nicht mehr. Da ist die Schätze. Den wir allerdings nicht brauchen. Nee, da gehen wir nicht rein. Jetzt werde ich beinahe wieder rein. Hier drüben waren wir auch schon, oder? Glaub. Ich glaub. Und nun? Sagt halt mal was. Wohin? Zeit. Sagt halt mal so lieb. Sagt, wohin ich muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich und wahrhaftig nicht. Ah, ne, Tüte Leon. Ah, ja, ich weiß ja, Leon. Ich holte eigentlich nur den Speicher. Gasthaus, ne? Du weißt auch nicht, wohin. Oh, ihr müsst... Kommt mir denn ja noch irgendwie da rum? Oh. Weißt du... Vielleicht... Ja, das weiß ich ja... Nee, jetzt ist Quatsch, was ich jetzt mache. Jetzt kommt die Verzweiflung durch. Jetzt kommt einfach die Verzweiflung. Vielleicht muss man uns hier einfach nur ausruhen, oder? Oder... Oder vielleicht muss ich einfach nur wieder zurück, und dann ist die Bestrafung zu Ende. Soll ich mich am Ende ausruhen? Oh, meine Mannen sehen doch toll aus. Ach, was soll's. Ach, holen wir uns mal aus. Haben wir uns jetzt ausgeruht? Oder haben wir gespeichert? Nein. Ach, hier kann man nur speichern. Also... Ich hab gedacht, hier kann man schlafen, oder was? Wie sieht's natürlich aus jetzt? Jetzt sind sie alle wieder... Perfekto. Hm. Naja. War ein bisschen Quatsch, ne? Dann geh ich wieder zurück. Nützt ja nix, oder? Mir fällt jetzt nix dummes ein. Wir haben ja eigentlich die Stadt schon angesehen. Ist so ein bisschen... Blöd. Blöd gelaufen, ne? Äh, so. Jetzt... Ah Gott! Nee, hier. Nee. Wir müssen jetzt wieder... Jetzt müssen wir... Ah, ich weiß es nicht. Ah, nein! Ja, ja. Ist ja gut. So. Wir müssen hier rein. Durch den Schätzer. Hier rüber. Durch... Was weiß ich? Genau. Schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Vielleicht haben wir ja hier noch nicht alles. Was? Ähm. 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 Entschuldigung. Sie ist ein großes Schiff, aber schießt durchs Wasser wie ein Fisch. Ich würde sie euch gern mal zeigen, eure Ruhe halt. Warte. Warte. Lass die Schaufelräder an. Also hier hinten waren wir auf alle Fälle noch nicht, aber... Gibt jetzt nix hier hinten... Was uns jetzt hier... Imponieren würde. Also, die Schaufelräder schon. Das Schiff an sich ist schon cool. Das sind wir bestimmt noch in Aktion, ne? Ähm. Ach, warum nicht? So, äh, jetzt... Weiß ich's nicht. Ich weiß wirklich... Nee, warte. 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 Das war Quatsch. Das ist besser. Das ist viel besser. Viel, viel besser. So, was denn jetzt hier? Geht's jetzt endlich weiter, oder was? Müsst du schauen, dass ich nochmal nochmal... Alles klar? Ach. Pass doch auf! Du hast eine Kräte übersehen. Na und? Das fällt doch gar nicht mehr auf, wenn sie getrocknet sind. Puh. Deine Meinung interessiert mich hier gar nicht. Wie wär's, wenn ich nochmal zwei Fische auf deinen Haufen packe? Oh nein, nein, nein. Ich nehm die Kräte ja schon raus. Und das mit dem größten Vergnügen. Äh, sich zu wehren hilft dir nichts weiter, Idiot! Puh, die können auch teilweise ein bisschen nervig sein. Hehehe. Welche Arbeit Lok und Lohn aufgetragen wurde, wollt ihr wissen? Äh, sie nehmen Erdbeerbarsche aus. Das weiß ich doch. Betrocknet sind Erdbeerbarsche einfach sooo köstlich und sie halten sich monatelang, ohne zu verderben. Aber niemand möchte sie ausnehmen. Ihre Kräten und Schuppen sind hart und ihre Innereien stinken wie fauliger Dung. Ach, daher wird diese Arbeit wie gewöhnlich als Strafe eingesetzt. Ja, aber ich will... Au, ah, meine Hände sind voller Blasen. Bäh, meine Finger sind so glitschig, dass ich mein Messer kaum noch festhalten kann. Geschieht euch ganz recht. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal nach, bevor ihr wieder Dummheiten macht. Es scheint, als würden wir in diesem Jahr Berge von getrocknetem Erdbeerbarsch haben. Ach, nein... Hm... Hm... Haha... Haha... Ja, ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es... Ich weiß es ja... Wohin? 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 Wohin, sag's mir, bitte, 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 du sagst es mir nicht. Ich hasse es, wenn ich hier so rumirre. Das sind die zwei. Rüstung und Waffen. Ja, müssen wir jetzt wieder... Wir sollten uns ja nur in der Stadt umsehen. Ja, wir sollten uns in der Stadt umsehen. Und nicht auf dem Boot. Und da müssen wir irgendwo hin, wo wir noch nicht gewesen sind. Ach so, halt. Die Frage ist eben nur, wohin? Wo wollen sie uns? Da hinten waren wir. Überall, glaube ich. Es kann eigentlich nur hier Funnes sein, oder? Wir waren doch überall. Überall! Aber überall! Warte mal, wir waren... Es war überall. Aber bei euch würde ich gerne mal hinschauen. Wartet mal, wir haben doch was zum Verkaufen. Den Weizen? Aber Zucker war nicht gut. Der Weizen war nicht so schlecht. So, dann schauen wir mal, was es für die Vergerüchte-Küche gibt. Okay. Der Preis für... Ah, ist anscheinend in die Höhe geschnell. Ist immer schlecht. Hm. Nochmal? Nochmal eins? Okay, eins geht noch. Ah! Mist! Der ist doch zweimal dasselbe. Zweimal 100. Ja, jetzt haben wir wieder... Naja. Okay. Sieh's ja. Ähm. Dann kaufen wir noch mehr Zucker. Ja. Ich kaufe jetzt einfach Zucker. Ohne Ende. Gut. Irgendwo wäre doch der Zucker wieder zu verkaufen sein, oder? Ja, das war jetzt nicht gut. 200. Botch. Haben wir verloren. Oder speichern müssen. Obwohl, wir sollten ja lieber laden. Ne, mach nie. Würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Ich muss... Ich möchte mit meinen Konsequenzen leben. Außer mit dem Tod, ne? Den muss man ab und an mal wieder laden. Nützt nix. Mh, ja. Alles gang. Was sagen Sie da überhaupt nicht? Alles gut. Ja. Ach, ich kann weg. Hm. Hm. Was sagt denn ihr? Sind wir weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ach, da müssen wir wieder umstellen, oder? Ne. Oder? Steht gut, oder? Ich glaube, das steht gut. George steht vorne. Aber ich schaue nochmal mit der Formation. Ähm. Ja, wir... Kämpfen einfach mal. Machen einen gemeinsamen Angriff. Ne, wir würden gerne... Ich hätte ja gerne mit Sializern gemeinsam gemacht. Warum machst du das nicht? Hm. Merkend. So, und du... Oh, komm, ja. Ist hier wieder. Ja, ich hätte gerade schon... Die sind ja so überpowered. Die kommen besser einzeln wahrscheinlich. Wenn sogar Sializ die schafft, ne? Dann ist ja das im Grunde... Das ist ja meine schwächste. Zack, zack. Boom. Ach, der steht noch. Ach, der steht immer noch. Ey! Was, George? Hat er so viel abgezogen? Ist ja Wahnsinn, oder? 15 hat er den abgezogen. Ich meine, das ist... Da ist schon wieder so ein Citrus. Jetzt habe ich noch ein Citrus. Jetzt könnten wir es wirklich mal einsetzen, dieses blöde Citrus. Einfach nur mal, um zu sehen, was da passiert. Ah, ich gehe jetzt nicht mehr rein, oder? Wir gehen jetzt zurück zum Schluss. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir waren doch überall. Ah, nee, schon wieder die Dinge. Was denn eigentlich, wenn ich Formation... Nee. Katsch. So, Lars kämpft. Genau, äh, genau, äh, genau, äh, genau. Oh. Sialis hat sie alle weggekauft. So, dann hau das schwarze Fehlknäuel da aus ihren Hosen raus. Achso, ich wollte das Citrus. Jetzt habe ich schon wieder Citrus gewonnen. Ich wollte das Citrus mal einsetzen. Sagt's mir doch immer. Ach, ich bin falsch. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Geh rauf, ne? Ich denke, ja, ich zeichne euch mal ein paar Kämpfe. Wir hatten schon lange keine mehr. Außerdem sieht der aus, wie wenn ich das Citrus mal nehmen sollte. Item. Verwenden. Aber warum darf ich denn... Wenn Gatwin das Bad ausstattet. So ein Quatsch, oder? Na dann, Angriff. Gemeinsamer Angriff, was sonst? Und du, ne, du... Lässt deine Rune mal stecken lassen. Denn wir haben ja Torch dabei. Und dann glaube ich... Oh, meine... Keine Chance. Ich habe schon wieder 4721 Botschen. Die Pfeife motione. Bis zum nächsten Mal. T ties lại.